Musik So, ne Beförderung Oh, verborgene Fähigkeiten entdeckt Dank der Bemühung des Fortschritts in den Kriegszentrums Wachsamkeit, wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, hältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutzschuss Das ist gut So, dann natürlich Was nehme ich denn? Ich nehme das, ruhige Hand ist gut So Dann ist sie Major geworden Und wir haben Rebecca Santos als geborgen Natürlich lebend, weil ich gut bin Außerdem ballert man nicht würkürlich Frauen ab Auch wenn das jetzt feindliche Feindliche Leute sind Huch Habe ich das richtig gesehen? Da war eine Person draußen So, Ballwerk Ausbildung Vier Tage, fünf Tage Oh, das sind so tolle Zahlen Können ja mal gucken, was wir sonst noch machen können Wir haben 2070 Vorräte Wir haben so viel wie nicht Wie gar nichts Ich überlege, ob ich noch eine weitere Kommunikationszentrale brauche Bräuchte ich Bau der Widerstandskommunikationseinrichtung eingeleitet Nee Abbrechen Ja Bau Abbrechen Hier Ich kann das doch verbessern Das ist doch wesentlich cooler Widerstandskommunikationseinrichtung Verbessert Er ist unnütz Ja gut, eigentlich niemand Wir bräuchten einen neuen Ingenieur Das wäre glaube ich nicht verkehrt Wobei er jetzt ganz gute Aussicht nahm Ja Gut Vorratslieferung verfügbar Wo das denn? Ja, Regions Da ist ein Funkturm in Aufbau Regionaleinnahmen Das sind die Vorratslieferungen Avenger berechnet neuen Kurs Wir gehen über den Schwarzmarkt, würde ich sagen Der Markt ist offen Sind sie aus? Nee Gut Setze Kurs auf Südafrika Ich gucke mal, ob dann Ingenieur ist Ingenieure sind vielversprechend Willkommen, Commander Lernende Doktoren Schade Gut, dann Äh Avenger berechnet neuen Kurs Wenn natürlich auch die Koordinaten angreifen Die übrigen Koordinaten der Alien-Einrichtung eingegeben, Commander Eine Einrichtung wurde errichtet Ach, direkt hier unten Operation Frostiger Adler So, Weg neu hin Ähm, das glaube ich Was ist jetzt Ah, es kostet noch 23 Info Ja, dann Setze Kurs auf Chile Die neu errichtete Einrichtung könnten wir gleich wieder vernichten Versuche lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen Ha Die Mond gegen Feuer, Gift und alles Mögliche Jetzt kriegst du die Sprengzende Oh, fick dich Darf ich das mal eigentlich erkunden? Kommander, die Aliens machen auch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen Ich darf nichts weitermachen Ich darf nichts ausrüsten Nichts So, Operation Sinnentleerter Reim Operation Wilder Zorn Cool, nach Wilder Dawn kam auch wirklich Wilder Zorn Interessant Oder CT um zwei Wochen Mit seinem Gift mitgeschossen Ja, dann nehme ich doch die Gift Ach so, cool, dann kriege ich das ja doch hin Es ist Mittel, dann kann ich den Beta-Trupp wieder einlösen Auf Sektor 8, Mexiko Dann kann ich also die Kann ich Cheromia wieder mitnehmen, alles Mögliche Lange gesagt, dass Iron Man mitkommt Die will niemand sehen, das reicht, wenn Gott da ist Aber ich glaube, dieses Mal nehme ich den auch nicht mit Weil ich nehme die Die noch kein Könner sind mit Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü So, wen haben wir dann alles hier unten So Das ist doch mal eine interessante Truppe hier Knuckles Äh, jetzt haben wir die Ah, shit, jetzt haben wir die Dinger Entschuldigt, das geht so nicht Waffen freigeben, das ist ein bisschen doof gemacht Jetzt Das heißt, die haben alle ihre Boni-Waffen weg, oder wie Ja, toll Habt ihr gut gemacht Gut, die haben sowieso fast immer Stecher dabei Ja, ja, okay Trotzdem Entschuldigt, das ist ja Überraschend, das ist ja Entschuldigt, das ist ja Das ist doch Ich habe Sie sind So, zack und zack. Bam, 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 bam. Nein. Zack und zack. So, alles was drunter ist. Ich könnte ja auch mal komplett neu ausrüsten, ne? So, alles was drunter ist. Das könnte ein Sieggut sein für sie. Für ihn. Entschuldigung. Der ist erschüttert, okay. Na ja, fangen wir mal oben an. Oder links. Der Löffel ist blau, sehr gut. Da, da, dumm. Was haben wir hier? Kriegt die Blue Screen Geschosse. Für den Fall der Fälle. Dann kriegt er mehr Wille. Ne, kriegt er nicht. Doch, kriegt er. Der Shadow. Der hat auch mehr Wille. Und dann haben wir hier noch den Knuckles. Der kriegt den Automatiklader für Nachladen. Grit Chance plus 10%. Grit Chance plus 10%. Oh, so langsam machen wir Fortschritte hier. Ja. Ja. Das war's. Das ist entspannt. Ich glaube, die hat die Haltung, weil sie erschüttert ist. Ne, er ist erschüttert. Warum auch immer. Bei Suchgeschosse könnte er ganz gut gebrauchen. Hoch. Hör ich denn da gerade auf einmal. Hä, und warum ist die eine... Davy fehlt mir ne Rüstung. Da ist sie wieder. Komisch. Sehr, sehr komisch. Merke ich eigentlich schon. Ne, da will ich das ja... So, dann wären wir soweit fertig. Skyranger eingesetzt. Wir haben uns entdeckt, auf das wir zugreifen könnten. Leider ist Advent schon vor Ort, um die Verbindung zu trennen. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Feinde. Sichern Sie das Gebiet und bergen Sie die Daten. Wir müssen Sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Wir müssen Sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020